Es ist die Ruhe, es ist die Eleganz und es ist der ganz persönliche Antrieb, etwas völlig Neues zu lernen. Klar, es ist ein langer Weg vom ersten Schnupperkurs bis zur Platzreife, aber das Ziel, das ist klar. Ende Sommer will ich beim richtigen Golfturnier am Loch stehen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich habe die Pfeifen gerade. Ich glaube, jetzt bin ich bereit. Ich bin auf der Driving Range in Davos und es geht nicht mehr lange. Bis zum Charity-Turnier, wo ich mitmachen kann und das als Anfänger. Das heisst vom Abschlag bis zum Pitchen, Chippen und auch zum Putten. Das kommt jetzt alles zusammen in einer Runde. Ich mache das bei Davos auch wieder mit einem Hockeyspieler. Und zwar hat sich Dino Weiser bereit erklärt. Der Stürmer kommt und wir gehen zusammen auf die Runde. Ciao, Dino. Ciao, Lars. Geht's gut? Ja, sehr drauf. Super. Ich bin sehr froh, dass du mit mir auf die Runde kommst. Ja, freut mich. Das ist das erste Mal, wo ich es mache. Aber es geht nicht mehr lange, bis ich mit dem Charity-Turnier mitmachen kann. Jetzt geht's darum, dass ich vielleicht die letzten Tipps noch bei dir abholen. Ja, schauen wir, dass du bereit bist für das Charity von Dias. Ja. Du bist ja Profi-Golf, oder? Profi würde ich nicht sagen. Ich bin so ein Applausch-Golf. Da haben wir es auch grosse Teile selber beigebracht. Aber ich spiele gerne. Ach so, selber beigebracht? Ja, eigentlich, wir haben hier Platz oder Reifen im Schnelldurchlauf gemacht. Und dann sind wir einfach auf den Platz und haben sich selber ein bisschen bereit gebracht. Und das zeigt auch, dass ich auf links spiele. Ich bin eigentlich falsche Seite, so wie ich Hockey spiele. Und jeder Golftrainer sagt, wir müssen wechseln, weil ich alles mit Kraft mache. Ich habe jetzt ein paar Spieler getroffen, die so spielen. Ich bin nicht der Einzelne. Oder ich spiele auch Unihockey links. Aber mir hat der Golfpro gesagt, nein, du spielst rechts. Ja, das war aber ein guter Tipp. Ja, dann legen wir los. Machen wir mal zum ersten Mal. Gehen wir, ja. Here we are. Also, meinst du, das Foto mit einem tieferen Handicap an? Ja, ich habe noch eines. Du hast noch eines. Ja, den fahre ich auch. Schön, schau mal den Bogen. Ja, den nehme ich, oder? Super. So weit komme ich sicher nicht. Jetzt kann ich gleich aufhören, aber in jedem Fall. Der Tunnel ist er. Ja. Bei uns Kollegen. Wäre jetzt nicht mehr als ein Bier. Wenn nichts über den Frauenabschlag kommst, dann musst du eine Runde in die Vierzahlen. Wer hat das? Aber weisst du was? Bei wem ist das schon vorgekommen? Bei welchem Spieler? Ich habe schon bei anderen. Ich habe schon bei anderen schon vorgekommen. Ei, ei, ei. Du hast mich etwas nervös gemacht. Nein. Nein. Ah nein, hast du Glück, ich komme wegen dem Bier. Gerade ein bisschen weiter als ein Frauenabschlag. Was darf ich jetzt hier machen? Nichts, oder? Du darfst ihn nicht berühren, oder? Das Gras ein bisschen runterdrücken? Nein. Nie? Nein. Du darfst nicht der Rasenmeier spielen. Ja, genau. Genau dort rein. Dann kannst du ihn raus droppen. Ja. Magst du dich noch erinnern an deine erste Runde? Nein, ich wollte es gleich sagen. So hat es auch ausgesehen. Ja schon? Ja, ja. Einfach, oder? Du musst einfach den Mut finden, um draufzuhauen. Schau mal, wo der ist. Ja, der wäre nicht spielbar. Und hier ist es wie die Regler. Ja, du kannst ihn rausnehmen. Rausnehmen. Und dann? Du musst immer zurück, da darfst du nie gegen ein richtiges Loch. Ja, ja. Und dann sagt man eigentlich, aber ich bin auch nicht der Profi, gell? Muss man es auch immer wieder erklären lassen. Ein Schlägerling weg. Zum Roten. Und dann von hier darfst du ihn so droppen. Immer wieder. Ja. Also ich habe es jetzt so gemacht. Für mich ist es völlig okay. Schöner Kopf und Mut haben, um durchzuschwingen. Vor allem fertig zu schwingen. Ja. 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 Jetzt ist er schon wieder out. Du musst wieder einen von hier geben. Dann gibst du noch einen. Hey. Auf. Die nächsten kommen schon. Wahrscheinlich unten rein. Das muss man schön rasig sitzen. Ja. Ja. Ja, der liegt. Der liegt. Der liegt. Wie ist mit der lange Runde? Lange Runde. Du kannst auch mit dem Pater, dem Führerpater, meine Golf spielen. Haha. Mit dir auf der Runde komme ich völlig aus dem Rhythmus. Kann ich eine halbe Stunde mal schlagen. Komm bitte. Du musst ihn wieder rausnehmen und droppen. Gut. Und dort drin darfst du nicht spielen. Ja. Wieder geköpft. Hast du ihn wieder geköpft? Ja, das habe ich noch nie gehabt. Schön unten rein. Oh, die Schläge hast du gezählt. Ja, das habe ich auch gedacht. Hä? Das ist glaube ich ... Eins. Dann zwei. Du hast wahrscheinlich schon gestrichen. Ja. Das würde mir wahrscheinlich gar keinen Punkt mehr geben. Du hast eins, Strafschlag zwei. Ja. Dritte. Dorthin ist Strafschlag vier. Fünfte. Ja, jetzt kommst du zum Sechsten. Jetzt stehst du auch so breit, als hättest du den Wolf zwischen den Bären. Pies. 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 So, ja. Jetzt darf ich auch wieder einmal. Ja. Sorry. Gut. Auch wieder weit. Das ist nicht schlecht. Super. Danke. Was hast du da für ein Schläger in der Tat? Sechser. Wieso? Nimmst du das Sechser? Du hast noch 40 Meter. Wer hat dir den K. Oder willst du ihn noch rollen lassen? Willst du ihn schon in die Luft bringen? Ja, schon in die Luft. Ich würde einen S nehmen. Nein, nimm ein P. P. Zieh ihn mal voll durch. Einfach mal voll? Voll? Einfach nicht Köpfe. Schön unten rein. Oh, komm. Stay, 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 stay. Ich habe in die Probe schon und kann studieren. Oh, ich habe ein bisschen mehr die Knie und und und. Ja. Und der Kopf unten noch. Aber wenn du am Ball hingehst, und du beim Ausholen einen Gedanken am Kopf hast, und dann schon denkst du, oh nein, das gibt nichts. Dann gibt es auch nichts. Und da hinten kommen die Schuhe. Oh ja, sweet. Tipptopp. Und der Dance-Pro. Ja. Ein bisschen zu weit. So. Mal schauen, wie der Dino pattet. Ja. Viel Spaß. So schlimm. Ich bin auch nicht auf der Driving Range gescheissen. Du bist gewöhnt. Was ist denn für ein Gagel? Ja. Ah. Ah. Oh ja. Sauber. Gut. Das erste Loch gespielt. Ja. Hör auf. Was war Nico? Einen hast du auch. Eins. Zwei. Strafschlag. Drei. Vier. Daher. Fünf. Sechs. Sieben. Triple Bogey. Schlecht. Gehen wir noch ins zweite Loch. So, ins zweite Loch. Ja. War drei. 120 Meter. Was nimmst du? Ja, mit dem Sexy. Im Ernst? Hä? Dann komm ich ja vermutlich zu weit. Ja, wenn du ihn so triffst, bist du bis dahin. Dann bist du nicht zu weit. Dann ist die Sexy nicht so schlecht. Oh, dann geht man noch ein bisschen. Ja, nichts passiert. Nicht passiert. Gut. Nein, das kann es nicht sein. Ein Lead? Ja. Also auf der Driving Range ist mir das nie so passiert. Ja. Ich weiss nicht. Ja gut, aber das ist meistens so. Das ist einfach so. Wenn du auf der Driving Range spielst, triffst du die Bälle. Wenn du auf dem Platz bist, bist du einfach anders. Das ist immer so. Jetzt kannst du noch ... Jetzt kannst du noch senden gehen. Das hätte ja kommen müssen, oder? Jetzt kannst du zeigen, was vorne gesagt hat. Ja, schau. Ja, ich lebe. Sit. Sit. Ja, so schlecht. Was soll ich dir Tipps geben, weil ich auch so ein Zeichen würde spielen? Ja, aber ein bisschen beruhigt es mich. Ja. Nein. Ja, draussen. Ja, ja. Nein. Ja, gut. Wieder ein bisschen zu fest wie vorher. Ja. Das ist so schlecht. Komm, geh an, geh an, geh an, geh an. Ja. Kann man, oder? Dann haust du rein. Ja, kein Nid, hey. Ich muss noch machen, oder? Gut, ja, du musst. Sonst hat man das Portemonnaie vorne. Sweet! Gut, das ist gut. Sauber? Ja. Schön gewesen. Ja. Also schön. Lässig. Ja. Luft nach oben. Lustig. Aber bei beiden Luft nach oben. Ja, also. Bei mir ist ein bisschen mehr Luft. Ja, jede Menge. Auch dazu gehört, man zusammen eins zu trinken. Ja. Zwei Löcher gespielt und schon eins zu trinken. Ja, ein Golfer. Perfekt. Scheiss, man tut. Zum Wohl. Zum Wohl, ja. Wer hat jetzt das Putt-Challenge gewonnen? Ja, das ist Unentscheid. Unentscheid, ja. Aber dann geht es auf mich. Nein. Nein, das geht auf mich. Spiele schon länger Gold, falls du bist gut. Ehrlich. Ja, das ist gut. Ein grosser Golfer. Ist es jetzt auch vielleicht ein bisschen ein anderer Sommer gewesen? Wenn du zurückdenkst an die letzte Saison, die ja doch eine spezielle Saison war, glaube ich, für alle Spieler, für den ganzen Klub, für Tavos allgemein. Ist es ein anderer Sommer gewesen als sonst? Ja, ich habe schon das Gefühl. Wir sind einfach wieder ein bisschen zurückgekommen zu den Basics. Und wir haben gewiss, dass wir brutal hart arbeiten müssen im Sommer, dass wir eine gute Saison hinlegen können. Wie war es, wenn du zurückdenkst an die spezielle Saison mit dem Abschied von Arno? Ja, es war eine sehr spezielle Erfahrung. Und vor allem, ich hatte noch nie einen neuen Coach. Aber es war cool. Du musst dich wie neu als Spieler beweisen. Bei Arno bist du einfach in jede Saison reingestarrt und dann wüsst, was du kannst, wo du hingehörst. Und bei einem neuen Coach musst du neu beweisen und einordnen, was du für Aufgaben hast. Und es war cool, aber alles, was vorne war, die turbulente Zeit, das ist schon ein bisschen an die Substanz gegangen. Ja, jetzt wieder ein neuer Coach. Ja, wenn man das so sagen kann, auch wieder ein spezieller Coach. Das ist ein Schweizer, Christian Wolvent. Und viele sagen, er hat eine gewisse Ähnlichkeit. Säge ich so jetzt vielleicht der junge Arno. Wie hast du ihn so ein bisschen miterlebt in der ersten Woche? Das sagen wir auch. Wenn er es sicher so gibt, ist es schon Arno in der Neuzeit. Aber für mich ist es ja optimal. Für mich war Arno ein Top-Coach. Und auch das, was ich gebraucht habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Wolvent der richtige Mann ist. Und so, wie ich ihn in den letzten drei Tagen kennengelernt habe, ich habe ein sehr gutes Gefühl mit ihm. Also bessere Abschnitte als letzte Saison? Werden wir sicher, oder? Ja, also schlechter kann man ja fast schnell werden. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir besser abschneiden. Und unser grosse Ziel sind einfach die Playoffs wieder erreichen. Wir wollen wieder in die Playoffs sind. Und wenn wir hart arbeiten und das mitnehmen und auch umsetzen, wenn sie uns auf den Weg geben und 120 Prozent reinstecken, dann werden wir das auch schaffen. Ja, das waren die zwei Löcher mit dem Dino. Ich muss ehrlich sagen, es war etwas enttäuschend. Also vor allem von mir enttäuschend. Es hat etwas mehr erwartet, dass ich nicht so viel Mühe habe. Und ich mache mir jetzt wirklich ernsthaft ein bisschen Sorgen vor dem Turnier. Ja. Ich bin da überhaupt irgendwie auf den Schlag gekommen. Nicht, dass ich mich dann komplett flamiere. Es braucht sicher noch viel Training, aber ich weiss gleich nicht weiter. Aber auf jeden Fall war es richtig witzig mit dem Dino. Er ist ein sehr guter Typ. Er hat ein paar gute Sprüche gemacht. Und ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spass gemacht mit ihm. An mir selber muss ich noch viel arbeiten. Sonst wird das ganz schlimm an diesem Turnier. Bis zum nächsten Mal.